So, herzlich willkommen zu einer weiteren Resident Evil 4 Folge. So, ich habe in der ersten Folge hier oben und da und überall mal so ein paar blaue Medaillen runter geholt und im Moment gibt es hier keine mehr, also kann ich jetzt weiter gehen. Das war denn die Hühner? Geben noch was, aber... Ja, wo seid ihr denn? So, und? Ne, da bekomme ich jetzt nichts. Gut. Ah, also, okay, da ist ein Tor, da kann ich jetzt durch. So, nehme ich jetzt mal an. Ja. So, das hier hinter dem Tor ist noch irgendwas. Nein, 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 nein. In Ordnung, Schreibmaschine und in der rote Punkt. Oh, bagel. Alter. Hör. Hör. Oh. Hat ihr euch so gedacht? Was? Was? Oh... Okay, Moment... Äh... Oioioioi... Sogar mit... Moment... Äh... Wieso wackelt der denn so? Ich versteh's nicht... Moment, nein, wieder runter... Alter... Ach komm... Ja... Bist doch nicht ganz dicht, Mensch... Flattermäuse... So, den haben wir gleich beim ersten Mal gekriegt... Warum auch die immer da oben dran kleben... Äh... Hm... Oh, den hab ich gekriegt... Gibt aber nix... Aha... Hui... Okay... Ähm... Oh... Hi... Was hat der denn denn in der Hand? Hat der andere auch so was in der Hand... Okay... Ähm... Wieso läuft der weg? Hm... Ah... Ah... Guck ja mal... Ich... Ich... Bitte was? Jo, gut... Dann hab ich was... Oh, oh... Moment... Ähm... Ähm... Weg mit der Spinne... Oh, oh... Ist das sogar eine Falle? Ja, genau... Ich war doch schon längst am Laufen... Ja... Der hat sich selbst hochgejagt... Moment... Äh... Äh... Was machen denn... Eier, 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 Eier... Äh... Untersuchung... Städtgesundheit geringfügig wieder her... Das heißt... Wenn ich jetzt... Alles da weg habe... Geringfügig heißt... Mal gucken... Verwenden... Noch nicht einmal zwei in solche Felder... Okay... Braunes Ei... Städtgesundheit teilweise wieder her... Ein... Zwei... Drei... Ganze habe ich da... Gut... Ich nehme erst mal hier... So... Zwei... Moment... Jetzt muss ich erst mal laufen... Wo hat er denn... Ähm... Ah... Ja... Siehste... Wo hat er sich denn hochgejagt... Ich habe was gehört... Aber ich sehe... Moment hier nichts... Ha... Kann man das umgehen... Äh... Äh... Ach das... Ich habe den auch... Ich muss nicht... Moment... Ach du heilige... Ja... Wenn ihr so doof und werfend seid... Grünes Kraut... Und ein paar Talas hier... Gut... So kann man auch Monition sparen... Wenn die so doof sind... Und jagen die selbst in die Luft... Handkanade... Prüfen... Hier sind keine Hinweise... Die Tür ist zugenagelt... Ja... Ähm... Ne... Okay... Ähm... So... Guck mal... Ähm... Das geht sogar... Alles klar... Hätte auch die Pistole sein können... Eine Fretmaschine... Dann mache ich das doch mal... Oh ja... Okay... Aber... Ähm... Ach da hinten auch noch... Ähm... Wenn der nicht immer so wacken würde... Geht von hier aus... Aber das ist genau da drunter... Ne... Was klopft denn da... Andauernd... Ach da im Frank... Hallo... Oh ja... Du? Okay... Ich habe nur eine... Frage sehr wichtig... Du hast einen Schmuck? Du hast einen Schmuck? Du hast einen Schmuck. Oh... 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 Okay... Trefferquote... 73% Gibst du dir der Gegner... 32% Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up! Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Fuff, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey boy, I'm not bad. Hey! Do something, cop! After you! Now! Hey! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tired up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. Pointing to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. I'm heading back to the village. To the village again? Hmm... There's something else. Yippee-haw! Good. Over here, stranger! What's that for a guy? Oh! Sturmgewehr. Yeah, of course. If I have a Sturmgewehr. Okay. So, open. Eh... Eh... ...then... ...gucken wir doch mal. Hallo, Typie! Got something that might interest you? Hehehheheh! Got a selection of good things on sale, stranger! Aber im Dorf hängen im blauen Mittag... Ja, ja, ich hab's gesehen. Komm zurück, wenn du zehn oder mehr getroffen hast. Alles klar. Äh, okay. Okay, Aktenkoffer M, 77 Fächer im Moment. Eine Schatzkarte vom Dorf für 3.000. Karte, auf der wertvolle Schätze im Dorf verzeichnet sind. Ja, lohnt sich das denn überhaupt? 3.000 gebe ich aus und was kriege ich denn wieder, sozusagen? Hm. Na gut, machen wir mal. Ist das alles, Stranger? Hehehe, danke. Okay. Äh, im Moment nicht. Gut. Lass mal gucken, äh. Ah. Hier sind auch noch die Sterne dazugekommen. Nicht nur die blauen Dinge, sondern auch nichts. Der, alles klar. Was ist das? H? Händler ist H. Aha, okay. Okay. Eieieiei, alter, alter, alter. Gut, ähm. Dann würde ich sagen, ne. Nachdem ich jetzt hier erst einmal gefesselt war und so weiter. Ja, oder? Ich hab's ja gerade gespeichert. Oh, danke. Vielleicht soll ich hier dann doch nochmal. Hehehe. Äh. Moment, aber erstmal kann ich hier noch was mitnehmen. Okay. Ein Kraut. Äh, achso, das ist, warte mal, kann ich das nicht dann? Kombinieren mit... Warte mal, grün und... Hm. Grün und rot. Wäre doch... Ja. Wofür ist denn das gelbe Kraut? Äh, mit einem grünen Krautgemüß erhöht es ihre maximalen Gesundheit... Okay, warte mal. Ja. Wo mach ich das mal? Kombinieren mit grün? So. Dann benutze ich das mal. Ja, hatte ich nur ganz wenig verbessert. Äh. Na gut. Äh. So, nochmal speichern, bevor ich da hinten wieder durchgehen. Ja. Äh. So. Dann kann's ja losgehen. Ja. Ja, da ist er! Ja, ja, ja. Ach, Moment. Ja. 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 Das ist... nein nein, nein. Nein, 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 nein. Okay. Äh, wie war denn? Gut, wir haben Muskel weg. Äh... Oha, da kommen wir noch mehr. Oh... Ach, Mann. Ach... Ach... Ach, ich hab vorhin nichts gedrückt vorher, Mann. Das kippst du auch nicht. Ach... Da war er so nah dran, du hast gefeuert, da hatte ich dich noch gar nicht mal... ...ausgeholt. Äh, okay. Dann versuch ich das nächste Folge nochmal. So. Ach... Da kommen ja alle Hand, ey. Gut, dann bis zur nächsten Folge, ne. Dann mach's mal gut und, ja. Bye, bye. 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 Bye.